Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Video. Und der neue Lego Star Wars Trailer ist ja eingetroffen, bzw. kann man so sagen, dass er eingetroffen ist? Oder er ist rausgekommen, sagen wir jetzt einfach mal, dass der neue Lego Star Wars Trailer jetzt draußen ist. Und ich dachte mir nicht, dass ich irgendwas analysiere oder so. Das Wichtige in dem Trailer ist, dass am Ende des Trailers geredet wird. Und daraus kann man in dem Sinne schließen, dass die Lego Figuren in diesem Spiel reden werden. Jetzt nur. Ja, in dem Sinne werden die Lego Figuren sprechen. Das ist einfach komisch, weil... Na gut, es ist vergleichbar mit Episode 7. Dort haben die ganzen Lego Figuren auch alle gesprochen. Und so wird es dann auch sein, dass man die Voicelands hat, zum Beispiel mit Hello There und sowas. Hallo, wie geht's denn so? Oder ihr unterschätzt meine Macht, dass das alles zum Beispiel in Episode 3 vorkommen wird. Zudem kann man selber entscheiden, welche Episode man anfängt. Also man kann sagen, Episode 4 bis 6 fängt man zuerst an, dann zockt man Episode 1 bis 3 und dann 7 bis 9. Und das soll irgendwie Auswirkungen auf die einzelnen Planeten haben und auf die Story auch irgendwie. Also das wurde gesagt, wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, was ihr unten links nochmal seht, hier oder da, ganz professionell, das Video zu dem Promobild, dann könnt ihr euch das gerne natürlich auch anschauen. Und lasst ein Like da, damit ich mehr solcher Videos machen kann zu Lego Star Wars. Denn sie kommt ziemlich gut an, zumindest die letzten drei, äh, letzten vier, so sagen wir jetzt mal. Ähm, wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.